Anzi! Entschuldigen Sie, wenn ich so ein Platz sehe. Till hat mich zu Ihrem Nachbarn gebracht, aber er war nicht da. Ihr Sohn meinte, es ist doch Ihr Sohn. Eigentlich, Mr. Heinz, es macht mir keine Mühe. Ach, Sie könnten es... Du sagst, du warst 27 Jahre in Norddeutschland. Hat es damals abgefärbt auf... ... und Alpenstange und... Hat sich der Bondelkrammer einen Platz im Himmel erobert damit, oder? Ich glaube schon, dass ich einen Kredit habe bei dem drüben. Ach, so bin ich auch nass.